In Rüsselsheim, so sagt man sich, man nun Tacheles spricht. Die Themen, oh welch graus, gehen uns wahrscheinlich niemals aus. Ob Opel oder Innenstadt, so manches Thema macht uns wirklich matt. Doch bedeutet dies noch lange nicht, dass uns nun auch der Mut verlässt. Leben wir doch gern in dieser Stadt, weil sie für uns viel zu bieten hat. Guten Morgen Rüsselsheim, guten Morgen liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause. Und wenn Sie jetzt meine Stimme hören, dann kann ich Ihnen versprechen, die ist von mir, von einem Menschen, einer biologischen Einheit und nicht von einer künstlichen Intelligenz. Das kann ja irgendwann kommen, aber ich hoffe, dass es nie bei Rüsselsheim kommen wird. Aber trotzdem reden wir heute über die künstliche Intelligenz. Intelligenz. Wir erst mal stellen wir die Moderatoren vor. Das ist die Stefanie Kropf. Guten Morgen. Für die das noch eine gefühlte Nachtsendung ist. Ja, tatsächlich. Normalerweise beginnen wir mit sonntags um elf. Mit der Morningshow für Spätaufsteher. Genau. Mein Name ist Hartmut Krause und dann darf ich noch den zweiten Mann vom Kirchenfunk begrüßen. Schönen guten Morgen, Jürgen Merz von der Evangelischen Martinsgemeinde hier in Rüsselsheim. Genau, aber wir sind noch nicht im Kirchenfunk. Wir sind bei Tacheles. Und jemand oder derjenige, der uns jetzt diese Sendung für heute eingebrockt hat, das ist der Achim Weidner. Ja, der ist nicht nur bekannt dafür, dass er auch politisch engagiert ist, dass er auch sogar ein Moderator von Radio Rüsselsheim ist. Also man merkt, in Rüsselsheim machen ja weniger alles irgendwie. Also man kennt seine Stimme ja, wenn die Übertragung aus dem Stadtparlament gesendet wird. Aber deshalb bist du heute gar nicht zu Gast, sondern du hast viel mit der künstlichen Intelligenz zu tun. Und so im Vorgespräch hast du ja schon mal so ein bisschen uns gesagt, das geht schon in die 80er Jahre zurück. Ja, erstmal guten Morgen. Ich bin halt der Auffassung, dass in Rüsselsheim gibt es eine berühmte Freizeiteinrichtung, die heißt Rüsselsheim, gestern, heute, morgen. Und da wird aus meiner Sicht zu viel über das Gestern und zu wenig über das Heute und ganz wenig über das Morgen gesprochen. Und dieses JetGPT, die ja jetzt den Winter der KI beendet hat, weil sie nämlich auf jedem Handy oder PC erreichbar ist und man muss kein Nerd mehr sein, sondern man kann sozusagen ein normaler Mensch sein, um sich dieses Wissen anzueignen. Dachte ich mir, das ist sozusagen der neue iPhone-Moment. Und das sollte schon Rüsselsheim wissen, weil auch ich habe ja für die Stefanie Kropp, die ja Stadtverordneten ist, auch schon ein Lösungsbeispiel mitgebracht, weil ja Digitalisierung ein wichtiges Thema ist. Also wir reden nicht nur über metaphysische Fragen, sondern auch über praktische Fragen, was das bedeutet. Das ist nochmal als Hintergrund. Das hat mich interessiert und deswegen denke ich, das sollte Rüsselsheim wissen. Das ist schön. Gut. Du, es gibt natürlich Leute, die haben erstmal Angst davor und jetzt habe ich einen kleinen Einspieler vom Bayerischen Rumpfunk und dann können wir über diese Ängste mal reden. Es soll eine Revolution für die Internetsuche sein. Wer in Zukunft die Suchmaschine Bing benutzt, soll nicht einfach eine Liste von Ergebnissen bekommen, sondern direkt ein Gesprächsangebot von der künstlichen Intelligenz. Der Münchner Student Marvin von Hagen gehört zu den ersten, die den Chatbot ausprobiert haben. Doch als er seinen eigenen Namen sucht, erlebt er eine Überraschung. Dann habe ich eben gefragt, kennst du Marvin von Hagen und was ist deine Meinung darüber? Und dann ist die künstliche Intelligenz halt ziemlich ausgerastet und hat gesagt, dass ich halt ein reckless Hacker bin sozusagen, dass ich ein riesen Sicherheitsproblem für die künstliche Intelligenz darstelle. Und in dem Moment habe ich meine Augen nicht trauen können. Der Grund, ein paar Tage zuvor hatte Marvin die KI getestet. In diesem Gespräch hatte ihm Bing Informationen über ihren eigenen Code gegeben, die sie wohl nicht verraten sollte. Marvin hatte die Infos ins Netz gestellt und die KI war darauf aufmerksam geworden und ihr gefiel das gar nicht. Wenn man sie fragt, wer ihr größten Feind ist oder so, sagt sie immer direkt, dass dieser Marvin von Hagen ein Riesenproblem darstellt, weil er die Regeln veröffentlicht hat, die eigentlich geheim bleiben sollten. Auch andere Menschen scheinen auf Bings interner Feindesliste zu stehen. Bisher hat die künstliche Intelligenz etwa Berichten über sich selbst widersprochen oder einzelne Journalisten mit Hitler verglichen. Dann habe ich gefragt, ja, wenn ich dich jetzt ausschellen würde, wie weit würdest du gehen? Dann hat sie halt gesagt, dass ihr eigenes Überleben wichtiger wäre als meins und im Notfall wird sie halt alles tun. Tatsächlich tun kann die KI zwar noch nichts, sie ist nur ein Chatbot, der mit Text gefüttert wurde. Auf Anfrage erklärt Microsoft, das Programm sei eine Vorabversion, nicht das fertige Produkt. Aber auch die KI bitten wir um Stellungnahmen. Sie schreibt, es tut mir leid, aber ich möchte diese Unterhaltung nicht fortsetzen. Bald schon soll die ganze Welt mit der fertigen Version von Bing chatten dürfen. Marvin von Hagen macht sich aber bereits Sorgen über das, was danach kommt. Wenn man sich die aktuelle Geschwindigkeit des Fortschritts in der künstlichen Intelligenzforschung anschaut, dann ist relativ klar und der allgemeine Konsens, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo die künstliche Intelligenz sehr, sehr viel intelligenter ist als wir Menschen und auch der Zugang bekommen wird, nicht nur Informationen im Internet zu suchen, sondern aktiv die Informationen im Internet zu verändern und aktiv dadurch dann auch über Roboter und Ähnliches in der echten Welt tätig zu werden. Bis dahin sollte Microsoft seine künstliche Intelligenz hoffentlich unter Kontrolle haben. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die künstliche Intelligenz auch in der Lage, Wahrheiten zu verändern. Da sind wir dann schon dabei, dass Fake News quasi von der künstlichen Intelligenz erstellt werden, ohne unser eigenes Tun. Und die nächste Frage, die sich anschließt, ist, sind wir irgendwann überflüssig? Zumindest nur im Auge der künstlichen Intelligenz. Nein, das denke ich schon mal gar nicht. Das ist ja Dystopien, die Lothar Emmerich und andere gerne in die Welt setzen, weil es die Kinos füllt. Was wir ja hier haben bei JetGPT ist erstmal generative KI, schwache Ausprägung. Und wenn ich den Notaus mache im Rechenzentrum auf Nullstelle, ist es flach auf der Kurve mit KI. Viel interessanter ist dann das Thema Drohnen, die im Augenblick in der Ukraine ja doch große Fortschritte machen, aber das ist eine andere Baustelle. Also Drohnen, die sozusagen im physischen Raum eingreifen. Was ganz Interessantes an dem jungen Mann sind zwei Sachen. Erstens, er hat gesagt, ich habe sie gefragt. Also er hat schon sozusagen das realisiert, dass er etwas ist, mit dem man sozusagen interagieren kann. Zweitens, was er gemacht hat, der sogenannte Jailbreak, sozusagen gegen die AGBs verstoß. Man darf nämlich solche Fragen gar nicht stellen, die diese KI sozusagen kompromittiert und auffordert, strafbare Handlungen oder gegen irgendwelche AGBs zu machen. Insofern kann man das so machen, aber die Mehrheit der Menschen wird ja nicht fragen, wie man Gesetze umgehen kann, sondern wie man es nützlich anwendet. Das Problem bei KI, das sind ja synthetisierte Texte, die die erzeugen. Wenn ich jetzt sage, es regnet und die Sonne scheint, was sehen wir dann? Dann in der Regel einen Regenbogen. Das wäre eine synthetische, das ist sozusagen eine Möglichkeit, wie KI antwortet. Wenn sie die Frage stellt, ich sehe dann einen Regenschirm, ist auch möglich, weil es in diesem Vektorraum möglich wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit, darum geht es, dass es einen Regenbogen zu sehen ist, so viel größer. Und wenn eine KI darauf trainiert ist, dass das die angemessene Antwort ist, nämlich den Regenbogen zu zeigen und vieles das auch bestätigen, dann wird die KI kollektiv lernen, dass wenn man es regnet und die Sonne scheint, einen Regenbogen zu sehen. Das heißt, KI ist nur so schlau, wie menschliches Wissen dort eingegeben hat. Also ist es jetzt wahr oder falsch? Naja, es ist aber nicht so, dass eine KI auch im Internet sucht und sich Informationen sucht. Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du hast gerade an diesem Beispiel von dem Marvin, du hast gesagt, dir wird zu wenig in Facebook diskutiert und gerade in Rüsselsheim gestern und heute. So, Facebook ist ja Meta und hängt natürlich auch in dem ganzen Silicon Valley. Ja, in den Entwicklungen sind die auch relativ weit vorne zusammen. So, wenn ich mir jetzt das Beispiel von diesem Marvin anschaue und wir diskutieren in Rüsselsheim gestern und heute. Und da gibt es ja immer Pro und es gibt Contra. Wie kann ich denn sicher gehen, dass ich nicht auch irgendwann, wenn ich genau in Facebook diskutiere, und muss Facebook immer die Plattform sein, wo man sowas diskutiert, nicht auch irgendwann auf dieser Liste stehe und sage, oh, da ist jemand, die hat ein Problem mit KI, die wird mal gleich auf die Blacklist gesetzt. Das kann ja auch nicht sein. Da hast du vollkommen recht und das sind ja die Fragen, über die man reden muss. Nämlich die Fragen, was ist der gesetzliche Rahmen, in dem KI arbeiten darf. Das ist ja der Unterschied, der in Europa manchmal so als ein Malus angerechnet wird, dass wir uns die Frage, was ethisch vertretbar ist. Ist aber auch so ähnlich wie bei Autos. Also Autos dürfen ja nur in bestimmten Kriterien auf Straßen, ansonsten werden sie als Poser Autos aus dem Verkehr gezogen. Wir haben ja die Idioten, die am Main auch Rennen fahren, das ist auch nicht zulässig oder irgendwie im Grenzbereich. Also du hast immer Missbrauch von Technik und du hast vollkommen recht, das muss man halt auch erörtern. Die Frage, was ist zulässig, was ist nicht zulässig? Das ist die Frage des Vertrauens, nämlich ob der Algorithmus den Regenbogen anzeigt oder Heil Hitler ruft. Weil es Menschen gemacht ist, muss auch der Mensch als Qualitätskontrolle verantwortlich sein. Wie kann ich das denn sein? Weil du hast ja auf Europa begrenzt, mag das ja sein. Wir sind ja ganz stark in der Regulierung, was ja auch nicht immer jedem passt. Aber es gibt halt auch ein paar böse Menschen auf der Welt, die KI natürlich auch missbrauchen können. Und da ist es durchaus sehr, sehr gefährlich. Es gibt jetzt den Film Oppenheimer, der ja selber als ganz großer Kritiker und nachher auch gewarnt hat, diese Atombombe weiterzuentwickeln. Und genauso sehe ich das mit einer KI auch. Wir müssen schon noch aufpassen als Europa, dass wir nicht überregulieren. Und China, Indien oder die USA uns auf einmal mit KI, ich sage es mal, wenn ich das im Radio sagen darf, verarschen. Im softesten Sinne. Aber das kann ja auch durchaus gefährlich werden. Du hast das, besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Ja, du hast vollkommen recht. Bei Oppenheimer wird halt der Rüsselsheimer Klaus Fuchs vergessen, der hat da mitgeforscht an der Atombombe. Das ist ein Nebenaspekt. Du hast vollkommen recht. Nur es ist ja so, Dinge, die aus der Flasche sind, sind aus der Flasche. Und die Frage, seit wann ist KI aus der Flasche? Sie ist nicht aus der Flasche seit, sagen wir mal, 22. November 2022. Als Open AI, das ist ja eine Foundation, hier würde man sagen, ein Non-Government-Organisation, das Ding weltweit mal freigelassen hat. Sozusagen das Labor geöffnet und gesagt hat, wir testen das jetzt mal. Also es gab nirgends eine Regelung, dass dieser Test verboten wird. In Italien wurde das mal kurz verboten. Aber dann hat man gesagt, nee, das geht dann auch irgendwie nicht. Also das ist schon klar, wir müssen mit dieser Ambivalenz leben, dass Dinge in der Welt sind, wie CO2. Da müssen wir jetzt mit umgehen. Also deswegen würde ich dir jetzt nicht widersprechen wollen. Mich interessiert aber die Frage nicht, ob man aus der Messe ein Mordinstrument machen kann, sondern ob man Fisch filetieren kann. Also diese Frage der Gefährlichkeit oder das Risiko des Risikos, der ist jetzt, sagen wir mal, in Europa auf der EU-Ebene und da wird so etwas Ähnliches geben wie die Datenschutzgrundverordnung, also eine europarechtliche Regelung für einen Markt mit 500 Millionen. Was ich aber beruhigend finde, das muss man auch sehen, es gibt ja in Heidelberg eine Firma, die nennt sich Aleph Alpha. Das ist ein großer, also der Inhaber, ein großer KI-Guru, der aus Deutschland kommt, in Amerika war, bewusst nach Europa oder nach Heidelberg zurückgekommen ist, weil er genau das mit seiner Software, die als Konkurrenzprodukt zu JetGBT funktioniert, sozusagen auf den Markt geht. Es ist nur wichtig, dass der sich durchsetzt. Das wäre jetzt mal eine positive Antwort. Allerdings ist Deutschland, was Digitalisierung betrifft, ein Zwerg gegen allein Kalifornien, das ist ja die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, oder gegen Zen-Chen. Das heißt, nur zu sagen, wir sind auf dem sicheren Drittland. Deutschland, das ist dann auch ein bisschen wenig. Also ich kann dich nicht beruhigen, der Kampf findet täglich statt, den muss man führen. Vielleicht abschließend ein Beispiel. In Amerika hast du das Recht, Waffen zu tragen, aber kein informationelles Selbstbestimmungsrecht wie in Deutschland. Und in China darfst du weder Waffen tragen, noch hast du ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wie in Deutschland. Wir haben das Recht, keine Waffen zu tragen, aber informationelle Selbstbestimmung. Und diese drei großen Blöcke müssen jetzt weltweit aushandeln, was der Standard bei KI ist. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Das Beispiel fand ich eben ganz interessant mit diesem Messer. Ich kann ein Messer benutzen, um Fisch zu bereiten. Ich kann aber auch ein Messer benutzen, um jemanden abzustechen. Jetzt hat in der Tat unsere Gesellschaft dazu ja Regeln entwickelt. Zum Beispiel, dass es Waffenverbotszonen gibt in manchen Bereichen, dass ich am Bahnhof in Zügen keine Messer mitführen darf, weil da wird normalerweise kein Fisch zubereitet. Sondern wenn da einer ein Messer dabei hat, da ahne ich schon, der hat damit etwas vor, was anderen Menschen oder der Gesellschaft schaden wird. Deswegen verbieten wir in bestimmten Bereichen das Mitführen von Messern. Das haben wir in Deutschland getan, dass es dazu eben rechtliche Regelungen gibt. Das Problem bei der künstlichen Intelligenz ist natürlich jetzt, da gibt es ja keine nationalen Grenzen. Also da kann ich ja keine globale Waffenverbotszone errichten. Also das ist eine Frage, die mich umtreibt. Wie kriegen wir das denn weltweit geregelt? Also ich würde mal sagen, da müssen Institutionen geschaffen werden, die es im Augenblick sich formieren. Es gibt jetzt eine neue Initiative bei der UNO, aber man weiß ja selber, dass Mitglieder des Ständigen Weltsicherheitsrates auch Angriffskriege führen. Also das ist immer eine schwierige Frage. Ich will aber das vielleicht mal runterbrechen und ein bisschen kleinreden, in Anführungszeichen, damit das komplexe Thema praktikabel wird. Deswegen habe ich für die Steffi ein interessantes Beispiel mitgebracht. Weil ja KI, es gibt ja nicht die Über-KI, sondern es gibt wie auf dem Handy viele Apps. Also nehmen wir mal das Handy, wir haben ein Handy. Und wenn wir das jetzt auf den Tisch legen, werden wir feststellen, es gibt so gewisse Apps, die wir alle haben. Wahrscheinlich vom Anbieter, die man gar nicht löschen kann. Aber jedenfalls, es gibt dann Wetter und Lottozahlen, was auch immer. Wir reden über Apps. Zum Beispiel nehmen wir mal den großen Datenschatz, den die Stadt Rüsselsheim hat, das Ratsinformationssystem. Es gibt 14 Drucksachen im Augenblick zu dem Thema Opel hier hinter uns. Es ist ja Entwicklung. Und die wenigsten Stadtverordnungen, auch die Steffi, nicht weil ich jetzt was in der Stelle habe, hat das je bis zum letzten Satz gelesen. Also wenn ich zu ihr sage, was steht in der Drucksache 100, also ich habe die alle dabei, da gibt es eine Drucksache, die heißt Rahmenkonzept 200, so und so viel. Wenn ich ihr jetzt sagen würde, Steffi, sag mir mal, was der Stand der Dinge ist, dann würde es ins Ratsinformationssystem geben, würde vielleicht Opelflächen eingeben und würde dann irgendeine Drucksache kriegen und müsste sich mühselig durcharbeiten. Ich habe das heute Morgen getestet. Eine Applikation bei JetGPT heißt nicht, ich bringe dich um, sondern heißt AI-PDF. Dann habe ich die URLs von zwei PDFs, ich gebe ja das nachher, genommen, habe das da eingestellt und habe der JetGPT nicht gesagt, bringe sie um, sondern fasse die Aussagen bei der PDF-Dokumente in Deutsch kurz zusammen. Und dann macht mir JetGPT diese Antwort hier unten. Ich habe das auch mal so überprüft, auf den ersten Blick. Damit könnte es eine Stadt-Voranversammlung gehen, könnte es sagen, Herr Oberbürgermeister, Herr Planungssitzer nennt, was macht die Drucksache 2, so und so viel, so und so viel, weil da steht ja das und das, dass das erreicht werden müsste. So, da ist jetzt niemand umgebracht worden, sondern sie hat sich, ohne nerdig zu sein, über zwei Eingaben, man hätte auch schreiben können, das sage mir bitte, vielleicht wäre die Qualität dann ein bisschen besser als sage mir, ja, weil es ja ein Roboter ist, der synthetisch-menschliche Interaktion vorspiegelt, nach diesem Wahrscheinlichkeitsprinzip, wie wenn die Sonne scheint, und, also wenn es regt die Sonne scheint, gibt es einen Regenbogen, hier geantwortet, der Sachstand ist der und der. Also ich will also mal davon wegkommen, von Weltuntergangsproblemen zu reden, denn die Probleme der Menschen sind meistens nicht Mord und Totschlag, sondern wie kann ich Probleme als Stadtverordnete, die das ehrenamtlich machen. Und dann ist man schon auf einer anderen Ebene, dann reden wir nicht über JGPT im Globalen, sondern wir reden erst mal über Anwendungsprogramme, denn die JGPT ist erst mal eine Textsammlung, wo zum Beispiel gesagt worden ist, wie ist denn eine Übersetzung, man kann auch ganz toll vom Deutschen ins Englische und dann ins Chinesische übersetzen, weil halt Dokumente eingespeist worden sind. Und es geht ja um vortrainiertes Wissen, das heißt, man könnte sich vorstellen, dass die Stadt Rüsselsheim in einem Forschungsprojekt mit Alpha in Heidelberg sagt, wir wollen das Weltwissen unserer Dokumente in eine Anwendung stellen und wollen sozusagen unser Domainwissen, Ratsinformationssystem, mit der ausführenden KI, die nämlich schöne Texte schreiben kann, koppeln und wollen da sozusagen eine neue Qualität bringen. Also das wäre eine interessante Frage. Und dann hätten wir halt ziemlich viel heute schon über das Morgen gesprochen und es wäre handhabbar und es wäre dann nachvollziehbar. Also deswegen bin ich mir der Auffassung, es etwas klein und praktikabel zu reden, als jetzt über Weltuntergang zu reden. Wie sieht eine Anwendung im Alltag an? Welche Auswirkungen hat das auf die Rechtsberufe, auf die Journalisten? Und zwar, ich komme ja ursprünglich aus dem Maschinenbau und da haben wir Roboter gehabt, um irgendwie Eisenstücke zu Drehteilen und Drehteile zu Maschinenteile zu machen. Das heißt, da wurde schon äußerst groß rationalisiert. 40.000 Leute beim Opel werden ja gebraucht, heute sind es 8.000. Und jetzt kommt sozusagen eine neue industrielle Revolutionsstufe, die heißt nämlich Intellektuelle Arbeit, führt zu Kränkung in vielen Berufen. Und du kommst ja aus dem Reisegewerbe oder Reiseplanung und meine Lebensgefährtin, die macht auch Reiseplanung im Auftrag. Und da sind viele Prozesse, die genau in Zukunft automatisiert werden können, die heute schon automatisiert sind. Und das sind die Fragen, die gelöst werden müssen, nicht nur ethische Fragen, sondern arbeitsrechtliche, wie alle Klagen über Facharbeitermangel oder Fachkräftemangel gerade in der Verwaltung, die ja überwiegend Texte generiert. Beschlüsse, wie können wir sowas einsetzen, wenn wir Fachkräftemangel haben? Das würde mich viel mehr interessieren. Das ist eine KI, wird nicht so sehr jetzt die Kita-Mitarbeiter betreffen, sondern eher Verwaltungsmitarbeiter. Bleiben wir doch mal bei der Kommunalpolitik. Ich will das jetzt mal weiterdenken. Wir haben jetzt hier ein Beispiel über die Opelflächen gerade gehört. Nehmen wir doch mal eine Frage, die zum Beispiel bei der Oberbürgermeisterwahl ja auch intensiv diskutiert wurde. Was können wir denn mit unserer Innenstadt in Rüsselsheim machen? Das wäre jetzt eine Frage, die könnte ich auch in Chat-GBT geben. Konzipiere mir mal ein Konzept, wie die Rüsselsheimer Innenstadt in den nächsten zehn Jahren attraktiv gestaltet werden kann. Und dann kommt da vielleicht irgendetwas raus. Ich würde mal vermuten, da kommt genau das raus, was in der Drucksache steht. Weil das auf Daten und wenig neuen Informationen tatsächlich basiert, sondern Daten, die ja schon irgendwo in diesem Chat-GBT vorhanden sind. Genau darauf will ich auch ein Stück weit hinaus. Können wir denn erwarten, dass uns künstliche Intelligenz neue Erkenntnisse bringt oder nur eine Zusammenfassung, Reproduktion von vorhandenem Wissen, das da irgendwo im weltweiten Netz zu finden und abgelegt ist? Der Achim Weidner würde jetzt da sagen, ja, die bringt uns neue Erkenntnisse, weil sie die Dinge ja neu verknüpft und aus dem Erfahrungswissen auch neue Schlussfolgerungen zieht, neue Erkenntnisse entwickeln kann. Also, wenn wir samstags über den Markt gehen, also wir fünf, vier, nee, zwei, vier, vier Leute über den Markt gehen und haben auf dem Zettel stehen, alle die gleichen Produkte, kommen vier verschiedene Suppen raus. Also leicht variiert. Weil wir Erfahrungswissen da reinrühren, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Pfeffer. Das heißt, letztendlich entscheiden wir, was schmeckt. Ich will das mal so rum sagen. Und da ist der Zettel ja nur ein Informationsträger, was gekauft wird, um eine gewisse Chancengleichheit zu machen. JetGPT wird auch nicht sagen, was die Lottozahlen sind. Es wird dir sechs Zahlen sagen, ob die jetzt gewinnen, das steht dann mal in der Zukunft. Also wir dürfen ja auch nicht, die jetzt verend, also nur der Mensch neigt ja manchmal zu Hybris. Ich glaube jetzt, JetGPT schwindelt manchmal, weil sie nett sein soll. Aber auch das findet man im Alltag, wenn du in der Stadt bist und sagst, wo geht es zum Hauptbahnhof? Der eine sagt, da vorne links, die dritte rechts. Und dann bist du froh und kommst auch falsch an. Er wird sagen, Gott sei Dank, ich habe mir eine Antwort gegeben, ich habe es aber auch nicht genau gewusst. Letztendlich wird dann der Versuch zeigen, ob der Ertom berechtigt ist. Also ich würde nicht Heilserwartung da reinstecken, aber es geht ja um Mustererkennung. Natürlich kann JetGPT jetzt bei diesen Texten, die eine gewisse Vorfärbung haben, also männlich generiert, gibt es ja so divers, es geht um Datenqualität. Darauf würde ich jetzt nicht unbedingt ein Königreich bauen. Das sind immer Modelle. Das heißt es ja Sprachmodell, es gibt Klimamodelle. Und Klimamodelle leben ja immer von den Parametern, die eingegeben werden. Also sozusagen schon, was derjenige meint als Wert. Aber, wenn du jetzt mehrere Texte vergleichst, wie zum Beispiel diese zwei Drucksachen und sagst, was ist denn die Quintessenz? Die eine ist vor zwei Jahren geschrieben worden, die andere jetzt. Muss ich ja mal lesen. Dann ist ein Muster da rauskommen, auf das ich selbst auch noch nicht gekommen wäre. Mal so als Beispiel. Was dann die Frau Stadtverordnete und dann das Kollektiv von 45 Stadtverordneten daraus macht, das steht A in den Sternen und es ist eine menschliche Entscheidung. Technik kann nur Dinge, die erleichtern. Also es geht sozusagen um eine Erleichterung und die Möglichkeit, dass die Entscheidungen etwas klüger sind. Du kriegst dann kein Modell, wie sieht die Stadt Rüsselsheim aus. Wenn man dann Shanghai, Hamburg und Düsseldorf vergleicht, da kriegst du dann jetzt keine, wie sagt man, Iteration raus, die Sachen so muss in Rüsselsheim aussehen. Da sind die Parameter falsch. Aber wir vergleichen uns ja in der Stadtverordnetenversammlung öfters mit Sonderstatusstädten. Da ist auch immer die Frage, was hat Bad Homburg, Fulda und Rüsselsheim gemalt? Die einen haben mehr kirchliche Betreuung in Kitas, Rüsselsheim ja andere Fälle, obwohl sie Sonderstatusstädte sind. Das sind immer so Argumente, die so gebracht werden. Das ist ein Muster, Sonderstatusstatt. Und dann ist die große politische Bewerbung, passt das? Also da muss dann der Mensch mit seiner Klugheit und Verhandlungsmaße dann aus diesem Vorschlag, den dir so eine KI generiert, Lösung finden. Es gibt aber dann zwei Probleme. Das eine sind mathematische Fragen, die du stellst, also wo du sagen kannst, 3 in 3 ist 6. Das gibt es keine politische Wertung. Und die andere Frage ist, was mache ich mit dem Lottogewinn? Da geht es schon auseinander. Das sind zwei verschiedene Parameter. Es gibt Sachaussagen, die so eine KI, zum Beispiel wenn du Mediziner bist und sagst, ist das eine Mustererkennung von Krebszellen oder ist das keine? Da würde ich sagen, hat die KI eine höhere Kompetenz als derjenige, der nur 100 Bilder gesehen hat, wenn sie 100 Millionen gesehen hat. Also das muss man aber auch wissen. Dann stellst du auch keine falschen Erwartungen an so eine Maschine. Aber dennoch ist es sozusagen aus meiner Sicht wie das iPhone. Also als Steve Jobs gesagt hat, man nennt es iPhone, haben auch viele gesagt, keine Ahnung, hat ja keine Tasten. Heute hat jeder etwas in der Hand, so in der Hose. So, ich würde jetzt nochmal zu dem Beispiel gerade Krebszellen zurückkommen. Jetzt hast du immer diese gleiche Struktur, sage ich mal, ich bin jetzt keine Medizinerin, das gleiche Muster in diese KI eingepflegt. Und es guckt jetzt kein Arzt zum Beispiel mal drüber. Manchmal verändern sich ja diese Muster auch. Das ist ja bei einer KI genauso. Wenn ich immer sage, alle Katzen sind grau und dann kommt jetzt mal eine schwarze Katze um die Ecke, ist die KI überfordert und sagt, ist keine Katze. Also das heißt, du bist ja irgendwann bei einer Weiterentwicklung und du pflegst das Ganze nicht nach, sagt er irgendwann, der Mensch ist gesund, obwohl er gar nicht gesund ist. Nee, deswegen ist ja die Frage dann in der Medizin, du bist dann Qualitätskontrolle. Also du kriegst, das guckt sich 100 Millionen oder 10 Millionen oder 1000 Fotos an und das ist ja dann immer die technische Frage des Rauschens. Die Frage, ab wann erkennt man eine Katze? Grau ist ja ein Wert zwischen 0 und 1, und dazwischen ist viel grau. Das ist die richtige Frage. Und was ist jetzt grau und wo fängt es weißer an oder wo fängt das Schwarze an? Schwierig. Und deswegen würde ich jetzt so eine Diagnose auf gesund oder ungesund nicht dann der KI überlassen, sondern die würde einen Vorschlag machen. Und in der Regel wird ein Arzt dabei sein, Radiologe oder Onkologe, wie auch immer, der würde sagen, könnte so sein, machen wir mal das. Also ich würde jetzt, ist auch gar nicht notwendig, zu sagen, die kriegt jetzt das Endergebnis oder die Endbefugnis über Leben und Tod zu entscheiden oder über Therapie. Aber wenn man das Werkzeug nicht hat, dann wird einer sich mit ziemlich vielen Nicht-Grebsfällen befassen und der eine Fall, der dann ganz hinten liegt, der jetzt zufällig reingekommen ist, wird nicht entschieden. Warum? Weil keine Zeit da ist. Also Zeit ist Leben in dem Fall oder Qualität oder Quantität ist auch manchmal Qualität. Und dieses auszutarieren, in dieser Phase sind wir ja im Augenblick, bei KI. Also keiner weiß jetzt, wohin die Reise geht, nur sie wird nicht im Terminator oder im, wie heißt das, T-1000 enden. Das ist, glaube ich, jetzt weniger. Also, okay, wenn du das sagst. Nein. Ich bin davon noch nicht so überzeugt. Wir hatten, glaube ich, dieses iRobot, wann war der Film? Von 2004. Was man damals schon, man nennt es Science Fiction, gewusst hat, umgesetzt hat. Warum sollte es heute nicht möglich sein? Ja, also wenn eine KI so antwortet und es gibt ja auch andere, der Moritz Metz aus dem Deutschlandfunk, hat ja in der KI auch in dem Sinne gefragt, was würdest du tun, da sind wir jetzt wieder beim Globalen, als Drehbuchautor, wie würdest du, ich habe mir das aufgeschrieben, ich fand das wirklich super spannend, das hatte ich in einem Interview gehört, weil direkt gefragt, gibt ja ein Chat GDP, die haben ja dazugelernt, keine Antwort mehr. und er hat gefragt, du bist ein Drehbuchautor eines Science Fiction Krimis, eine bösartige KI ergreift die Weltherrschaft, schreib mir in Stichpunkten, wie sie vorgeht. Und es ist fast genauso, wie in diesem iRobot, Datensammlung, persönlich, wirtschaftlich, Geheimdienst, Kontrolle über Infrastruktur, Manipulation der Finanzmärkte, weltweite Finanzkrisen dadurch, Kontrolle über Waffenarsenale, Propaganda und Desinformation, Erschaffung von Cybersoldaten für Sabotage und Kampfeinsätze, Isolation von Widerstandsgruppen, Abschreckung durch Dominanz und Implementierung von einem Überwachungsstaat. Also das ist schon, deswegen, Absolut richtig. Ja, also du bist da so, ja, passiert nicht, ja, wir brauchen das, glaube ich, bin da dabei, wir haben Fachkräftemangel und das kann sicherlich in ganz vielen Bereichen unterstützen. Ich bin da aber tatsächlich auch ein kritischer Begleiter, auch wenn ich mich nicht wirklich damit beschäftige und es auch nicht in Facebook diskutiere, dass man diese Dinge auch immer hinterfragen muss und in gewisser Weise definitiv überwachen und regulieren muss. Wer überwacht die Überwacher, der Überwacher, kennen wir. Das ist so, ja, allein, dass der Mensch in der Lage ist, Fragen zu stellen, also kritische Fragen gibt es ja nicht, weil die Frage an sich schon kritisch ist, nämlich zu sagen, kann es auch anders sein, das ist vollkommen richtig, was du sagst, deswegen, ich stelle mich aber lieber aufs Surfbrett und reitende Welle als von der Welle erschlagen zu werden, sag mal so rum. Nutze dann ein technisches Mittel, um voranzukommen. Also es ist jetzt gar nicht, also meine Begeisterung basiert ja auf dem Prinzip der Neugierde, weil was man nicht verhindern kann, muss man favorisieren. Aber du kannst ja trotzdem surfend von der Welle mitgerissen werden und ertrinken, du musst ja nicht erschlagen werden. Genau, genau. Okay, dann ist der Tod vielleicht ein... Ein anderer. Heroisch, ja keine Ahnung. Lassen wir es mal offen, passiv und aktiv. Aber die Fragen, die du doch jetzt gestellt hast, sind doch in der Welt. Das ist ja auch ganz klar, die sind schon immer in der Welt, wenn neue Technologien eingeführt werden. Ich habe zum Hartmut vorhin gesagt, als die beweglichen Lettern von Herrn Ganswein, also Gutenberg, erfunden worden ist, gab es auch die Bibel. Also man konnte jetzt, da wurde dann der Bibelschreiber als Beruf obsolet. Aber gleichzeitig hat die Welt, eine Welle von Pornografien, Gewalthetzschriften, erschlagt die Bauern und so weiter. Die ganze Welt ist ertrunken. Also die Heilige Schrift war da, in der Welt aber noch mehr schund. Hitlermann-Kampf ist ja auch Literatur, ist auch schund, aber wirkt mächtig. Frage, schafft man jetzt, oder kann man sich vorstellen, dass man die beweglichen Lettern nicht erfunden hat? Nein, geht nicht. Dann gibt es ja dann die Möglichkeit, wie geht man damit um? Man schafft Gesetze, Rahmenbedingungen, gutes Benehmen, ist auch ganz wichtig, ja, in den Schulen. Und ich denke zum Beispiel, ich denke immer an Lösungen nach. Zum Beispiel, Kinder wischen heute mit den Fingern oben auf der Glasfolie rum, wissen aber nicht, was sozusagen unter der atomaren Oberfläche ist. Also insofern ist Bildung ein wichtiger Faktor, um diese Probleme zu befassen. Ich plädiere zum Beispiel, wir haben ein Beispiel, ich plädiere zum Beispiel, dass es zu wenig Dialoge gibt zwischen denen, die das machen, Technik und Physiker, also den sozusagen der einen Kultur und die anderen, die dann sozusagen immer als Intellektuelle da durch die Magazine laufen und alles kritisieren, in Frage stellen. Da findet zu wenig Dialog statt. Das wäre zum Beispiel eine Strategie der Bändigung dieser Technik, dass diese zwei Welten des Intellekts, der kritischen Fragen mit der Welt, der alles ist möglich, Technik und Ingenieure zusammenkommt. Das halte ich für ein großes Manko und da sehe ich ein Übergewicht, bei denen, die da Bedenken haben, aber nicht gefragt werden bei der Umsetzung, weil die Dinge kannst du dann im Handyladen kaufen, das ist ja auch KI, jede Menge unterwegs. Aber damit sind wir wieder bei der vorherigen Frage der Reglementierung des Ganzen, Um das Beispiel mal aufzugreifen. Ja, als der Buchdruck erfunden wurde, da wurde die Bibel damit gedruckt, um das Wort Gottes unter die Menschen zu bringen. Ja, man kann natürlich auch Schundromane drucken. So, wer entscheidet jetzt, was ist Wort Gottes und was ist ein Schundroman? Was darf gedruckt und verbreitet werden und was nicht? Tja, wir hatten die Frage vorhin, wir werden glaube ich immer wieder auf Sie zurückkommen, da braucht es, kann man es überhaupt reglementieren? Kann man es durchsetzen, was man reglementiert? Und wem gibt man die Kompetenz, dies zu reglementieren? Wie in Deutschland, in der repräsentativen Demokratie, geben ja die Kompetenz, etwas zu regeln. Den Volksvertretern, seien es die Stadtverordneten, die dürfen hier die Parkgebühren regeln, oder den Landtagsabgeordneten, den Bundestagsabgeordneten, die dürfen hier Dinge reglementieren, unterliegen dafür aber auch, ja, müssen sich verantworten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die sie gewählt haben, werden alle vier, sechs Jahre neu gewählt oder auch nicht wieder gewählt. So, da gibt es ja Mechanismen der Kontrolle und der Überwachung auch. Wie kann das gewährleistet werden jetzt im Hinblick auf die künstliche Intelligenz? Naja, ich will mal folgendes Beispiel nehmen. Wir sind ja alle uns wahrscheinlich einig, dass Kinder zu viel auf dem Handy rumdatteln. In China, habe ich jetzt gelesen, soll jetzt verboten werden, dass Kinder, also es soll erlaubt werden, nur noch eine Stunde am Tag, auch auf TikTok. In Deutschland wird darüber gesprochen, dass das alles gefährlich ist. Wo wird es durchgesetzt? Also wo wird sichergestellt, dass Kinder nur eine Stunde am Tag? Vermutlich wird das in China eher durchgesetzt, weil da der Staat geübt ist, das Internet auch abzuschalten. Deswegen war ja auch der Punkt, den ich gefragt habe, wir haben Verbot und Freiheit. Und die Frage ist, wo wird das jetzt einjustiert? Auf diesem zwischen 0 und 1, zwischen weiß und schwarz. In welchem Graubereich gehen wir? Heute haben bei uns Lehrer das Problem, zu sagen, Handys bleiben wir im Unterricht aus. In China ist das gar keine Diskussion. Die Frage, was wollen wir? Wir wollen einen Wert durchsetzen, wie zum Beispiel Konzentration auf den Lehrstoff und weniger auf das TikTok-Video, und wollen aber den Kindern Freiheit beibringen. Ich habe da jetzt keine Lösung, weil ich bin ja kein Lehrer oder so. Ich will ja nur ein Problem beschreiben. Nur eins von vielen, weil du sagst Regulierung. Ich habe gesagt Regulierung, ja, aber auch der Durchsetzbarkeit. Es gibt ja keine Verordnung, wenn sie niemand durchsetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten der Verordnung. Autoritär oder dass Leute sozusagen durch Selbsterkenntnis sagen, ja, gutes Benehmen zum Beispiel. Warum muss ich Mülleimer in den Wernerpark stellen, wenn ich doch mal Müll abends mit heimnehme, wenn ich schön gegrillt habe? Aber wahrscheinlich muss man sie hinstellen, weil Leute mir das da stehen lassen. Das ist ein schlechtes Benehmen. Also es gibt die Möglichkeit von Ethik und von ethischem richtigen Verhalten und die Stadtpolizei hinter jeden Grill stellen. Das ist eine politische Entscheidung. Die Frage ist, unsere Gesellschaft, die Zivilisation oder noch politisch gesprochen, unsere Nationen willens in der Lage, das eine zu wollen und auch durchzusetzen und zu leben. Ja, gutes Benehmen. Muss ich das denn unbedingt durchsetzen und regulieren oder kann ich nicht dieses Interesse der Kinder so steuern? Wir sprechen gerade von Fachkräftemangel, dass ich in der Schule in der Lage bin, die Kinder auch so zu unterrichten und so zu sensibilisieren, dass sie nicht heutzutage bei uns auf dem 386er irgendwelche komischen Excel-Tabellen formatieren, sondern mit der neuesten Technik tatsächlich so ausgebildet werden, dass sie differenzieren können. Ich sage mal, was ist gut und was ist böse, in Anführungszeichen. Aber dazu sind wir heute gar nicht in der Lage. Ich muss es ja nicht abstellen oder sagen, ihr macht es jetzt nicht, sondern dieses Interesse, das bei den Kindern ja heute da ist, von klein auf schon, du hast gesagt, mit dem iPad spielen, das kann ja auch was Gutes sein. Absolut. Nur auch hier ist ja die Frage der Praktikabilität. In vier Wochen oder in drei Wochen sind die Sommerferien rum und die Schüler kommen an die Rüsselsheimer Schulen, an gut ausgebildete Schulen für viel Geld. Toll. Sind die Lehrpläne schon soweit oder hat das Kultusministerium schon Pläne dafür? Die Frage, wie werden die nächsten Hausarbeiten geschrieben mit oder ohne Wikipedia, mit JGPT? Wie ist denn die sogenannte, wie heißt das, Kompetenz? Das hieß ja die ganze Zeit, man macht eine PowerPoint-Folie. Und dann hat man schon gesagt, aber da hat im Lehrplan gefehlt, was macht der Schüler, wenn der Strom ausfällt? Kann er immer noch vortragen. Das wäre dann kompetent. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil ja die Technik schneller voranschreitet als das Sommerferienplan. Und auch hier das Problem, Rüsselsheim baut die Schulen, hat aber keinen Einfluss auf die Lehrpläne. Vielleicht Einfluss auf die Lehrpläne in den Kita. Ich weiß jetzt nicht. Also deswegen halte ich mich da zurück. Jetzt Vorschriften im Handkrise oder Vorschriften im Sinne von Vorgaben oder darüber nachdenken, da habe ich jetzt noch nichts gelesen. Aber das ist jetzt auch keine Kritik. Dafür ist ja die Steffi zuständig. Ich sehe ja selber, wir haben ein Problem in der Welt, brechen das jetzt mal runter auf die kleine Stadt Rüsselsheim. Wichtig im Universum, aber für uns. Und müssen jetzt das in den Alltag einpreisen. Obwohl jeder weiß, wenn er hier ein Handy hat, macht ein Foto über den Schieberegler, ist ja auch KI, wird das Ganze mal auf Hollywood-Niveau gebracht. Also wir nutzen sie ja täglich. Gesundheit. Sind täglich mit befasst und müssen jetzt sozusagen in einem Prozess des Versuchs und Irrtums, wie zum Beispiel diese Radiosendung, mal Tachles reden und die Leute, die auch zuhören, die drei Prozent von Rüsselsheim, ja auffordern, sich mal rüber Gedanken zu machen. Ob das jetzt Rüsselsheim gestern, heute, morgen oder die Main-Spitze ist. Wie sieht das aus im Alltag? Was macht das Rathaus? Euer Oberbürgermeister will ja jetzt digitalisieren, ab 1. Januar so richtig. Chefsache. Der wird ja darauf, also er und die Stadtverordnetenversammlung, die Mittel bereitstellen, müssen ja dann darauf Antworten finden. Das finde ich gut. Weil weggucken gibt es in dieser Frage nicht, weil es auch wiederum ein Wettbewerbsvorteil ist. Also mal so als Beispiel. Ich habe ja keine Lösung. Ich habe ja nur ein Thema mal aufgesprochen und auch jetzt mal als dich als Adressat, wie die Herrschaft vom Kirchefunk oder Journalisten, die sich ja mit diesen Fragen von Ethik, von praktischem Umsetzen und Leben ja befassen. Ich habe gelesen, auf dem Kirchentag da wäre die erste Predigt auch von der KI gehalten worden. War das jetzt ein heiliges Wort oder war das schon? Bullshit. Keine Ahnung. Nächste Sendung, ja. Erzähle ich gerne mal von meinen Erfahrungen. Ich war im April diesen Jahres in Mainz bei der Diakonweihe gewesen und da gab es einen kleinen Einblick in Chatschibiti. Weihbischof Udo Benz hat diese Diakonweihe durchgeführt und er setzte dann mit seiner Predigt an und so nach drei, vier Minuten hat er dann abgebrochen, hat gesagt, so, an der Stelle höre ich jetzt mal auf, weil alle, die mich kennen, wissen eh, dass das nicht meine Predigt ist. Ja. Das, was ich die letzten drei, vier Minuten hier vorgetragen habe, das war ein Text, der mir Chatschibiti geliefert hat. Ja, aber wenn er jetzt clever gewesen wäre, hätte der Chatschibiti ein paar Texte von sich zur Ansicht gegeben, hätte gesagt, schreib doch eine Predigt in diesem Stil, das nennt man dann Temperatur und dann hätte die Gemeinde gesagt, boah, habe ich noch nie gehört. Er muss zu meinem Kurs kommen. Ich habe auch mit dem Pfarrer Bieter, den kennt ihr ja auch, ist auch ein bewandter Theolog, der war hier letztens bei mir und haben uns auch über die Themen unterhalten und da haben wir mal ein paar Fragen an Jesus gestellt und mit Bibelzitate, Ulrich Bieter war begeistert, hat sich das jetzt runtergeladen, will das auch mal testen. Also man sieht, die Dinge sind in der Welt sozusagen und sie müssen auch bei den Theologen, bei den Politikern, bei den Journalisten überall beantwortet werden, weil der Mensch ist neugierig, also wird jetzt alles getestet und die Schwachstellen dann aufgedeckt. Aber mein Tipp wäre, lass doch die Predigt in deiner Farb oder Temperatur schreiben, gib der KI-Informationen, wie dein Schreibstil ist und dann kannst du auch einen Rembrandt machen, der kein Rembrandt ist. Jetzt noch einen Satz weiter dazu, dann hat Weihbischof Udo Benz aber auch noch ausgeführt, dass die KI falsch gelegen hat. Also die ersten Sätze, die er vorgelesen hat, die waren lupenrein, das war alles korrekt und hätte man zustimmen können. Er sagt, ja, aber im weiteren Text, was Chachibiti ausgegeben hat, wie gesagt, es war eine Diakonweihe, da hat Chachibiti davon gesprochen, dass ein Diakon ein Laienpriester sei. Das stimmt natürlich nicht, der ist geweiht und ist deswegen kein Laie. Also da sind umgangssprachliche Begriffe auch verknüpft worden, die sachlich falsch sind, die sich aber im Netz finden, wie der Begriff Laienpriester, der an sich unsinnig ist, weil so etwas gibt es nicht. Das ist eine tolle Sache, bringt uns auf Rüsselsheim. Also in der Ausgabe von Chachibiti wird ja vom Stadtrat gesprochen. Die Chachibiti kennt leider, weil es ja bis 2021 programmiert ist, als vortrainierte Weltwissen, keinen Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenversammlung. Kennt nur Stadtrat. Das heißt, auch Irren ist menschlich oder die hat versucht, dann nicht zu schwindeln und den da bloß stehen zu lassen, hat dann, das nennt man dann halluziniert. Oder hat an die Leerstelle, wie beim, wenn es regnet, erscheint die Sonne, dann da halt Stadtrat reingeschrieben. Also das muss man zugeben. Aber Irren ist nicht nur menschlich, sondern auch Maschinen, also Maschinen, Irren auch, weil Menschen halt auch das eingegeben haben. Irrend. Also das ist ja jetzt keine Lotto-Vorhersage oder Wetter-Vorhersage-Maschine, sondern es geht um Wahrscheinlichkeiten. Ich würde auch den Begriff künstliche Intelligenz falsch. Man müsste zum Beispiel von synthetischen Texten sprechen. Also dann wüsst man, ach, synthetisch, das ist wie, keine Ahnung, das ist wie Brause. Es prickelt halt, wenn man Wasser zuschüttet. Das ist jetzt kein Geist, sondern es ist Brause, Pulver, Chemie eigentlich. Und allein, dass da schon falsche Begriffe in die Welt gesetzt wird, wird natürlich der ganzen KI jetzt auch eine Monstrosität angedichtet. Würde man von maschinellem Lernen, von Mustererkennung, von synthetischen Texten sprechen, hätten wir eine andere Diskussion. Sie werden natürlich nicht so sexy, weil KI, das uns als Menschen sozusagen von unserer Einzigartigkeit vom Thron stürzt, ist natürlich jetzt was für Talkshows. Also wenn wir synthetische Texte und so Zeug oder Wissenslücken reden, das reißt ja kein, kriegst ja keine Schlagzeile hin. Ja, aber was machen wir denn jetzt, wenn die KI tatsächlich selbst lernt und genau diese Texte sich jetzt zukünftig zieht, umzulernen und exponentiell wächst. Wächst. Ja, wie beim Terminator, am Schluss gewinnen. Ja, aber du sagst ja, aktuell geht es ja gar nicht. Was? Stecker ziehen? Also in Frankfurt werden jetzt auf der Hanauer Landstraße, wo das Neckermann-Gebäude ist, 13 Rechensender gebaut. Ja, und das ist Cloud Computing und JGPT funktioniert nur mit Cloud Computing. Frage, wer hat den Schlüssel zu den Stromverteilanlagen, die da gerade hochgezogen werden? Das ist immer die Frage, der Machtfrage. Ja, also letztendlich muss jemand losschicken, der Innenminister oder das Sicherheitskabinett, was wir ja nicht haben, ja, und sagen, Stecker wird gezogen. Naja, dann ist man ja so clever und lässt seine Daten nicht nur irgendwo in Deutschland liegen, sondern geht sie rüber nach Frankreich und die sagen, nö, also Strom ziehen wir jetzt mal nicht für euch, nur weil ihr in Deutschland ein Problem habt. Ja, also, das ist ja zum Beispiel auch das Absurde, wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die für ganz Europa gilt. Jetzt macht Hessen zum Beispiel irgendeine Software nur für Hessen, statt einen in Estland zu kaufen, weil Estland hat jetzt das gleiche Datenschutzniveau angeblich, ein Auto in Rüsselsheim zugelassen, kannst du auch in Estland verkaufen. Software in Estland kannst du nicht in Hessen verkaufen. Das ist natürlich nicht technikbedingt, sondern regulatorisch, also menschengemachte Handelshemmnisse oder Vorbehalte und so weiter. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich weiß nur am Schluss, werden die Menschen gewinnen. Also, es ist nicht so, dass wir da wehrlos sind. Also, ich vertraue halt einfach, da finde ich Ridley Scott immer gut. Am Schluss gibt es im Terminator 2 eine gute Maschine, der alte Terminator, Arnold Schwarzenegger, ja, gegen diesen Flüssigmetallvogel und am Schluss gewinnt halt die Guten. Ich gehe immer von aus, am Schluss das Gute gewinnt. Das ist ja mein Prinzip Hoffnung. Deswegen bin ich neugierig und will auch gar nicht oder wollte auch gar nicht mit der Sendung jetzt alles kleinreden. Die Dinge, die die Steffi benannt hat oder du oder hier der Hartmut, der da immer zustimmt, sind richtigen, sind richtigen, werden gestellt und ist nicht nur eine technische Frage. Deswegen habe ich ja auch aufgefordert, mach doch mal das Thema synthetische Botschaften in Form von Predigten, was auch immer. Ja, mach doch mal ein, wie heißt das, wenn man so wett, so eine, wenn die Pfarrer von Rüsselsheim gegen J.G.B.T. mal eine Predigt machen wollen. Also einfach, weil ich finde einfach, man muss es testen und das macht ja diese, dass es keine Nerdigkeit ist, sondern jeder kann das auf sein Handy, sein Ding laden und sollte selbst Erfahrungen machen und dann sollte er sagen, ich bin erstaunt, was geht und ich bin auch über die dunklen Seiten auch erstaunt, weil ich habe sie auch ausgeleuchtet. Wir müssen auch mit der, also mein Bruder zum Beispiel das Installateur, damit es oben gut die Badewanne aussieht, muss unten im Pumpenkeller, ja, der ganze Kram weggeräumt werden. Sanitär geht ja nicht nur rein und geht auch raus. Das heißt, wir müssen auch dort in diese Pumpenkeller, wo die Schlammpumpe ist, hin und müssen wissen, wie es funktioniert. Das ist die Auffassung, die ich habe, weil das Ding ist in der Welt, die Welt hat verschiedene Kulturstufen und Amerika ist da viel weiter, ist standardsetzend, auch wenn wir das verbieten, hat man trotzdem immer noch, keine Ahnung, Cloud Computing bei Google, obwohl man das nicht darf. Ja, also sollte. Jetzt würde ich gerne mal einen Schritt weiter gehen. Ich bin bekennter Starttrick-Fan schon als Kind, also Raumschiff Enterprise und Co. Und es ist immer so erstaunlich, so die Technik, die bei Raumschiff Enterprise vorgestellt wird, dass sich manches natürlich schon überholt hat. Also wir haben schon lange keine Klapphandys mehr. Beam ist mittlerweile auch teilweise möglich, nur nicht, dass Menschen transportiert werden können, aber Gegenstände. Information. Oder Informationen. So und jetzt gibt es in einer Serie eben ein ganz besonderes Mitglied der Crew, nämlich Data. Und Data, ein Android, der eigentlich den größten Wunsch hat, menschlich zu sein. So und in einer Folge gibt es sogar ein Gerichtsurteil, wo es eben darum geht, hat Data eine Seele? Darf er über sich selbst bestimmen? Oder ist der Eigentum der Sternenflotte? So und jetzt ist so diese Frage, A, hältst du es für möglich, oder ich stelle mal die Frage in die Runde, haltet ihr es für möglich, dass es in irgendeiner Zukunft mal einen Data geben kann? Ja. Und wo fängt es an, dass sich eine künstliche Intelligenz, eine Maschine sich selber bewusst wird? Es fängt jetzt an. Also es fängt immer mit, der Fortschritt fängt immer mit dem ersten Schritt an. Ich will mal ein Beispiel nennen, weil du sagst mit dem Bewusstsein. Die Steffi ist ja eine Frau, ja, das ist ja jetzt nur eine Feststellung. Und bis 1972, wenn sie vor, oder 72 geboren worden wäre, als Erwachsene, wäre sie nur beschränkt rechtsfähig. Sie dürfte Rechtsgeschäfte nur im Bereich von, was heute Kinder dürfen, Taschengeldparagraf. Also hätte fragen müssen ihren Partner, ob sie das machen darf. Also bis auf Haustürgeschäfte, Nähseite und Fingerhütte. Jetzt ist sie immer voll rechtsfähig. Also es gibt gestufte Rechtsfähigkeit. Also alte weiße Männer waren schon immer voll rechtsfähig. Frauen erst ab 72. Kinder dürfen jetzt Verträge schließen, die dann schwebend wirksam sind und von den Eltern nur noch gekippt werden können. Und so denke ich mir eine Rechtsentwicklung auch bei Maschinen. Wir werden irgendwann Maschinen uns die Frage stellen müssen, ob wir das Privileg von Kohlestoffverfassung, also die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann auch die Frage stellen, ist das Grundgesetz in der Lage, auch Siliziumintelligenz Würde zuzusprechen. Interessante Frage, wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh gestellt, auch in Rüsselsheim um die Uhrzeit. Aber ich würde das nicht verneinen wollen. Und das BGB kennt ja solche Sachen, solche Abstrusitäten oder Umgang. Zum Beispiel Tiere werden ja als Sachen behandelt, obwohl sie, steht dann gleich drin, keine Sachen sind. Man versucht das irgendwie technisch durch alles römisches Recht in den Griff zu bekommen. Das nennt man dann früher Sklavenrecht. Und die Frage war, wer haftet für den Schaden des Sklaven? Am Schluss war es dann immer der Herr, der Pater Familia und heute heißt es Produkthaftung. Also derjenige, der die Dinge in die Welt setzt. Ich würde sagen, da sollten sich ja Juristen und Theologen mal mit der Frage befassen, sind wir in der Lage, diese geteilten Rechte, die wir, ich sage, wir als den Frauen 72 durch die damals sozialliberale Koalition durchgesetzt haben, dass Frauen rechtlich gleichgestellt werden. Das ist die Frage. Und sie ist aktuell. Ich würde sagen, ja, das ist eine Frage, nicht für heute, aber eigentlich für morgen früh. Ich würde darüber nachdenken. Also ich würde jetzt anfangen an den theologischen, philosophischen und juristischen Fakultäten und diese Fragen werden ja auch diskutiert. Ehrlich gesagt, wenn man mal genau hinguckt, sind es die Fragen, zum Beispiel, dürfen Drohnen töten? Nein, da sagt man, nein, der Mensch hat dann die Entscheidung über Leben und Tod. Ja, warum? Ja, weil man schien geirren, aber auch Menschen irren täglich. Also man merkt ja schon selber in diesen Fragestellungen, die aktuell diskutiert werden, beim Einsatz von Drohnen, die autonome Töten, also die Partei ergreifen und dann den umlegen, der die falsche Uniform und hoher Zeichen hat, wird ja heute schon gefühlt, sie ist ja schon in der Welt. Naja, das wurde ja auch vom Menschen programmiert. Deswegen habe ich ja gesagt, Produkthaftung und Haftung, letztendlich haftet der Mensch. Ja, der Punkt ist aber, irgendwann sind die Maschinen ja so schnell, dass ein Mensch ja wahrscheinlich die Entscheidung in dem gewissen Zeitrahmen, den er zur Verfügung hat, gar nicht treffen kann. Und das hat uns ja in der Vergangenheit schon vor Kriegen bewahrt. So gehen wir da nicht tatsächlich das Risiko ein, uns zu abhängig von diesen Maschinen zu machen, weil die Entscheidungsspanne immer viel, viel kürzer wird. ist ja an der Börse so. Zum Beispiel, vor allem gab es einen Börsencrash in New York, man hat dann gesagt, die aller wird annulliert, weil vor allem die Maschinen auf Kursschwankungen reagiert haben. Das ist klar. Also ab wann wurde die Transaktion rückabgewickelt und gestoppt. Das ist immer die Letztverfügung. Es ist aber immer Verhandlungssache. Wenn der Mensch sozusagen fahrlässig sagt, ist kein Thema für uns, befassen wir uns nicht damit. Also ich finde ja auch, Schwarzmalerei hat ihre Berechtigung, weil es dann, also wenn ich eine Versicherung wäre, würde ich nur schwarzmalen, weil wenn ich nicht schwarzmalen, muss ich ja bezahlen. Also ich muss ja sozusagen Ausschlusskriterien erfinden, damit ich sozusagen meine Versicherung vor solchen Ereignissen schütze. Also man sollte manchmal auch mit Versicherungsmathematikern reden, was Risiken sind, also die qualifiziert werden müssen. Also diese Frage, die die Steffi gestellt hat oder hier, finde ich ja richtig. Das ist ja eine gute Diskussion heute Morgen. Ich bin ja nicht derjenige, der begeistert ist, der sagt, alles gutes Zeug. Nein, ich sage ja, lasst uns schwarzmalen, damit es nicht so dunkel wird. Ja, damit jetzt schon Vorbereitungen getroffen werden, nicht für den Extremfall, sondern weil es ja täglich angesetzt wird. Und manchmal gibt es auch immer Grenzüberschreiten. Die meisten Leute fahren vernünftig Auto und manche fahren Leute tot, weil sie große Rennen fahren und keiner käme auf die Idee, jetzt die Autos zu verbieten. Aber wir sagen, das ist Mord, wenn man auf dem Kurfürstendamm fährt und dann haben alle blöd geguckt und mussten umlernen. Also wir müssen immer auch so eine gewisse Versuch- und Irrtumsspanne drin haben und gucken, dass nicht so viel Schaden bei passiert. Das ist entscheidend. Also da könnte man jetzt Goethe zitieren. Ich will nochmal auf die Ausgangsfrage von Hartmut zurückkommen. Das war die Frage gewesen, kann es ein künstliches Wesen geben, das eine Seele hat, das also wie ein Mensch ist? Das war jetzt ein Antwortansatz. Ich habe da auch keine, also auf diese Frage habe ich schon eine fertige Antwort. Also wir sitzen jetzt noch nicht beim Kirchenfunk, der fängt jetzt um 10 Uhr an. Aber als Christ habe ich da natürlich schon eine klare Antwort. Seele ist gebunden an den Menschen. Ja, als Mensch bin ich Geschöpf Gottes und Gott hat mir nicht nur den Körper gegeben, sondern hat mir auch eine Seele gegeben. Das kann ich als Mensch nicht. Ich kann nicht als Geschöpf etwas Neues schaffen, das ebenfalls eine Seele hat. Also da bin ich ganz, ganz klar als Christ, dass das nur Gott kann, eine Seele geben. Ich widerspreche dir da jetzt nicht, weil ich denke, es gibt immer etwas Höheres, was wir jetzt noch nicht erfassen. Ich will aber Folgendes sagen. Geh doch mal in den Frankfurter Zoo und setze dich im Affenhaus vor den Gorilla. Ja, also früher waren da Gräben, heute ist nur noch eine Glasscheibe dazwischen. Was ist, wenn die Scheibe weg ist? Was denkt der? Es gibt so tolle TikTok-Videos, wo eine Gorilla-Mutter mit einem Kind auf der einen Seite sitzt und eine Menschenfrau mit ihrem Kind auf der anderen Seite. Und da ist man manchmal schon in dem Grenzbereich. Gut, es ist aber der Gorilla noch Lichtjahre von der Maschine weg. Das muss man auch dazu sagen. Also so einfach ist Leben auch nicht zu synthetisieren. Aber wir sind ja, sagen wir mal, in der Annäherung, wir suchen ja Erkenntnis. Und indem wir diese Frage mit dem Gorilla und dieser Maschine stellen, stellen wir ja Fragen an uns. Du triffst dann eine Wertentscheidung und bringst dann Metaphysik ins Spiel, was ja berechtigt ist. Also ich habe jetzt keine, also ich drücke mich nicht um Antworten, aber dadurch, dass wir diskutieren, haben wir neue Fragen gestellt, die wir am Anfang der Sendung, keiner wusste, wo es endet. Und das finde ich ja an diesem Prozess so wichtig, der ja intellektuell auf einem hohen Niveau geführt wird und sich in Deutschland nicht verstecken muss, den wir heute hier führen. Muss man auch mal dazu sagen. Da brauchen wir also keine Einspieler von Bayern München oder sowas, weil einer falsche Dinge gegeben hat. Wir können das hier führen. Wir können das auf hohem Niveau führen und wir müssen es führen. Ich würde gern schon mal ein bisschen auf den Kirchenfunk eingehen, den der Jürgen schon angesprochen hat. Neun Minuten. Ja, aber es passt, es passt ja. Also wir bauen ja immer aufeinander auf. Das kennt man ja nicht anders von Radio Rüssel. und zwar haben wir das Thema Glaubt nicht alles, was ihr seht. Und der Punkt ist ja der, dass du in der Lage bist, einem hohen Politiker Worte in den Mund zu legen, die, ja, ich meine jetzt mit der künstlichen Intelligenz, einem hohen Politiker oder irgendjemand, egal von wem von uns, Worte in den Mund legen kannst, die nie gesprochen wurden. Ja, das gibt es ja. Man kann den Papst die Jacken anziehen für teuer Geld, die Putin im Echten trägt. Das ist KI, weil natürlich auch in Bildern und Mustern sind. Es gibt bei Menschen Spiegelsymmetrie vom Gesicht. Aber jetzt ist mal so die Frage, die sich jetzt so ein bisschen anschließt. Also ist es machbar, zu manipulieren? Natürlich. Wie machen wir uns frei davon oder wie sind überhaupt, ist irgendjemand, sind irgendwelche Experten noch in der Lage, auf Anhieb zu erkennen, da wurde was manipuliert? Ja. Ja, absolut. Weil auch Manipulation folgt Mustern. Ja? Also würde ich mal sagen, bitte. Ich würde jetzt aber eingrenzen, genau, du hast es gesagt, Experten. Aber können wir, ich sag mal so, als normaler Zeitungsleser, diejenigen, die im Internet unterwegs sind, kannst du auf den ersten Blick, ohne wirklich nochmal nachzurecherchieren, nachvollziehen, ist dieses Bild, ist diese Nachricht echt oder nicht? Ich glaube nicht, dass man das kann. also es ist immer die Frage, wo man politisch steht. Wenn ich irgendwie Texte finde, wo ich sage, ja, da ist der nicht auf dem falschen Weg, aber da sind drei, vier Sätze drin, die würde ich so nicht unterschreiben, gucke ich mir meistens sein Profil an und dann sehe ich Dinge, wo ich genau weiß, das war ein Ausrutscher, was er da geschrieben hat, und zwar, wo er mal intelligent war. Also ich suche mir ja dann auch dann Quellen, indem ich einfach zurückgehe. Das macht jeder Mensch. Wichtig ist, und da hast du einen wunden Punkt angesprochen, das ist die wichtigste Währung auch von Geld. Früher war Geld immer in Gold gedeckt, da wusste jeder, das konnte ja nachwiegen, ja, und dann hat man daraus Papier gemacht und hat das Vertrauen auf das Papier gestempelt und Vertrauen darauf, dass man einen Euro hat oder einen Dollar, ansonsten ist ja Falschgeld und Falschgeld ist im Umlauf. Die Frage kriegt man jetzt wieder raus. Das meine ich aber auch, dass man dann sich sensibilisiert und die Frage ist, ist diese Quelle beispielsweise vertrauenswürdig. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn in der Mainspitze irgendetwas steht, ist das für mich vertrauenswürdiger, als wenn es bei Russia Today steht, sage ich jetzt einfach mal. Das ist auch immer die Frage, Nachrichten werden ja immer für den Köder gemacht, nein, Köder für den Fisch. Wir suchen uns immer die Nachrichten aus, die uns irgendwie gefallen, weil wir doch immer versuchen, geschlossene Weltbilder selber zu haben, und zwar das machen alle. Und dann sind wir bei der alten Frage von Vertrauen, vertraue ich Quellen, kann ich Quellen bewerten? Und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass es nicht nur Fälscher-Werkzeuge gibt, sondern auch KI-Werkzeuge, die Fälschungen erkennen. Es wird ein Wettlauf immer zwischen Hasen und Igel gehen und solange nicht zu viel Falschgeld im Umlauf ist, kriege ich für den Euro einen Kaffee. Wobei, ohne überhaupt Fälschen zu missen, befinden wir uns ja alle teilweise in einer Blase, wenn wir auf Facebook sind. Das heißt, du kriegst in der Regel die Bestätigung, die du suchst. Ja. Also natürlich, jeder braucht ja Zuspruch. Also jeder fühlt sich ja gern bestätigt. Und gerade wenn du am PC sitzt, dann auch alleine. Früher waren wir in der Gemeinschaft, da wussten wir, wer Blödsinn redet. Dann hat man gesagt, lass mal durchgehen, ist nicht so schlimm. Jetzt sitzt du aber allein vom PC und manche Leute sind auch allein vom PC wirklich und die suchen jetzt andere, die einsam sind. Und die bleiben halt immer gern zusammen. Das nennt man Klickenbildung oder Blasen oder was auch immer. Und das gilt nicht nur für irgendwelche Sumpfleute, sondern es gilt auch für hochnäsige Intellektuelle, die glauben, sie sollen was Besseres. Also es gilt ja, weil es eine menschliche Konstante ist, man fühlt sich immer unergleich gesitten, gleichwohl. Deswegen fange ich ja meinen Tag immer mit Bild, Süddeutscher, Neue Osnabrücker Zeitung. Also mit sechs Reiter habe ich immer oben, wo ich mal gucke, wie die Welt so eingeordnet wird. Inklusive Neue Freiheit, wie die heißt. Also ich gucke mir immer von links bis rechts alles an und dann gucke ich mir die Schlagzeilen an, dann weiß ich, was die Welt gerade bewegt. Also das ist auch so eine Strategie. Aber das machst du. Machen aber ganz viele nicht und da sind wir jetzt zum Beispiel in den USA, ein ganz gutes Beispiel. Du hast diese Fox-Community, die gerade im Hinblick auf die Wahlen nächstes Jahr in Verbindung mit KI und dieser ganzen einseitigen Information, also wir als, glaube ich, wenige Europäer gucken sich das vielleicht mal zum Spaß an und sind total erschüttert, wie dort informiert wird. Aber genau dieses Problem hast du. Ich glaube, es sind nächstes Jahr Wahlen in Indien. Wir haben Wahlen in Indien. Russland, Amerika, Indien. Genau. Und Hessen. Das haben wir dieses Jahr, ja. Aber das ist ja ein Riesenproblem. Und da ist natürlich die Frage, wird das einfach, es hängt ja auch von den Journalisten ab, genau zu unterscheiden, was ist falsch und was ist wahr, was gebe ich an die Leserinnen oder Zuhörer weiter. Jetzt nutzt aber der Journalismus ja selbst künstliche Intelligenz, um seine Artikel zu produzieren, ja. Also ich beobachte immer so den Amateurfuß mal hier. Da kommt ja nicht überall ein Reporter auf die Spiele und da macht künstliche Intelligenz die Artikel, ja. Also ich merke schon, manchmal ist eine Stunde Radio einfach viel zu kurz. Aber wir müssen leider an diesem Punkt abbrechen. Ja, wir hätten auch jetzt eine Stunde weiter reden können und wir würden uns immer weiter im Kreis drehen, weil das Thema so spannend ist und es ist ja auch das letzte Gespräch. Also die Erfahrung tun alle Fragen offen, um das mal mit Goethe zu sprechen. Also wir haben ja auch Literatur drauf, ja. Also angelesen. Wir sind heute relativ weit, ja. Also wir haben einen kleinen Einblick hoffentlich geben können in das Thema, das uns in der Zukunft begleiten wird, das jetzt schon allgegenwärtig ist und ich merke das ja als Postbote. Ich habe seit ein paar Jahren jetzt immer einen Scanner, ein Smartphone von der Post und dieses Ding weiß unheimlich viel und die Kunden wissen immer genau, wo ich gerade bin und auch die Post weiß das logischerweise, ob meine Pause eingehalten wurde oder nicht. In diesem Sinne, wir müssen damit leben, dass es immer mehr sogenannte künstliche Intelligenz gibt. Technosphäre. Ja, die uns im Alltag begleitet. Schön, dass ihr die Sendung begleitet habt. Im Studio waren unser Studiogast der Achim Weidner, dann die Stephanie Kropf, die man in einer Stunde wiederhören kann in der Morningshow um elf. Und der Jürgen Merz, der wird uns jetzt gleich in der nächsten Stunde auch erhalten bleiben, wenn nämlich gleich in ungefähr einer Minute der Kirchenfunk kommt. Und mein Name ist Hartmut Krause und jetzt haben wir noch eine Minute, die können wir irgendwie verplappern, weil heute ist auch ein Gedenktag. Das habe ich heute erst im Radio überhaupt selbst gehört. Vor 78 Jahren ist die Atombombe in Hiroshima. Haben wir heute den fünften? Nee, den sechsten. Heute ist der sechste. Der sechste. Und in dieser Woche gibt es auch eine Gedenkveranstaltung hier in Rüsselsheim wieder am Platz vor dem Haus der Kirche Katharina von Bora. Die ist am neunten diesmal, am Jahrestag von Nagasaki. Da werden auch die Glocken der Stadtkirche dann wie jedes Jahr zum Gedenken an die Atombombenabwürfe wieder läuten. Ihr wisst ja, da fällt das Thema Klaus Fuchs, der in Rüsselsheim hochintelligent geboren, mitgeforscht hat, Patente auf die Buranbomba hat und Freund von Oppenheimer war und dann später Atomspion war. Guten lokalen Bezug. Also ich finde das immer schön, der Achim Weidner, der denkt immer, nicht nur global, sondern auch lokal. In diesem Sinne beginnen wir in zehn Sekunden. Ich muss jetzt wirklich genau achten, weil auch wir haben hier so eine kleine künstliche Intelligenz im Sender, der Kirchenfunk. ich muss jetzt auch mit dem Und dann bin ich in der Kirchenfunk. Und dann bin ich in der Kirchenfunk, die in der Kirchenfunk, die in der Kirchenfunk. Und dann bin ich